Wenn ihr künstlerisch tätig seid und ihr hättet gern, dass das als radikal wahrgenommen wird, dann wäre es vielleicht ein Tipp, dass ihr immer wieder so Sachen einbaut wie Ficki, Ficki, Ficki oder Gacki oder Eichelkass zum Beispiel. Habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen? Stefanie Sagnagel! Habe ich den Zuschauer mit auf eine Reise in deine Welt? Mich hat es noch schon interessiert, wie mein Leben im Film weitergeht. Das wäre genau die Rolle, die ich jetzt brauche. Endlich einmal was mit Tiefgang. Aber wenn du in einer Überdose stirbst, dann komme ich auf den Grab und wichs drauf. Das ist lieb. Ist Abnehmen eigentlich antifeministisch? Ich wäre urgern fitnessüchtig. Sport, Sport, Sport ist gut, Sport ist gut, für Jungen, für A, jeder würde sagen, Sport, 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 Sport. Soll ich eher zunehmen? Endlich einmal so zunehmen wie die Zellweger. Stark. Stefanie, Großaufnahme. Sie blickt in die Ferne. Meine Version der Sagnagel ist, glaube ich, authentischer als das Original. Das ist für Österreich lebensnotwendig, das, was Stefanie Sagnagel macht. Ciao, ihr Nazis! Scheiß Nazis! Schon feiern können die schon, diese ganzen Wappler. Sie sind sich auch alle so gut in Bad auf so eine perverse Nazi-Art. Ich habe gehört, sie schreibt Gedichte oder so. Aber ob sie davon leben können, weiß ich nicht. Jede Lesereise verkürzt mein Leben um mindestens zehn Jahre. Was? Steffi, du trinkst schon relativ viel, oder? Naja, na und? Das brauche ich ja für Sie mich. Manchmal habe ich Albträume, dass ich eine Kunstfigur bin. Wenn die Sagnagel wieder da ist, ist die Sagnagel, die Sagnagel. Ich bin die Sagnagel, ich habe ja sogar schon einen Vertrag. Ich bin ein Genie! Da habe ich wirklich allen gesagt, sie sollen sich zu Allah bekennen und in den Dschihad ziehen. Ich bin die Sagnagel, ich bin die Sagnagel.